Also Spandau hat einen wunderbaren Weihnachtsmarkt, das stimmt, der ist legendär, den habe ich auch früher sehr, sehr oft besucht. Ich war da einmal als Kind, seitdem auch nie wieder, ich war auch mal in der Zitadella war ich mal. Ja, da bin ich aufgetreten. Als was? Habe ich dir nie erzählt, dass ich mal Barock und Renaissance Tanz gemacht habe? Sag mal, du verarschst mich jetzt gerade, oder? Das ist kein Scherz, nein, habe ich wirklich gemacht, ja. Du hast Barock und Renaissance im Fummel? Ja. Du verarschst mich gerade. Nein. Okay, erzähl mir alles. Also das war dann im Herrenfummel natürlich, aber das war, aber glaub mir, das ist so pompös und mit so viel Samt und spitze und sowas. Da bin ich in der Spandauer Zitadelle aufgezogen. Also Margot, ganz ehrlich, ein weiteres Puzzleteil deiner Persönlichkeit habe ich jetzt gefunden und eingesetzt und das erklärt mir immer mehr, warum du auch so ein bizarrer Charakter bist. Chao. Dies Charakter.